Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Lena geht in die siebte Klasse. Wie jeden Morgen geht sie zusammen mit Paula, denn sie haben denselben Schulweg. Doch da bekommt sie eine SMS von Paula. Lust hätte Lena schon. Soll sie einfach mal die Schule schwänzen? Franz Pfleger ist Rechtsanwalt. Er weiß, Kinder und Jugendliche haben nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Eine davon ist die Schulpflicht. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.